Okay, ich habe dich lange nicht gehört, seitdem du weggezogen wirst. Ja, ich genieße mein Leben hier. Das klingt ziemlich gut, aber warum studierst du eigentlich in Würzburg? Warum? Jetzt geht es darum, sich zu bilden. Hey, Wartemann! Wartemann! Hey, Franz, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Würzburg und chille mit ein paar Leuten. Hi, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Warum studierst du denn ausgerechnet in Würzburg? What?